Hey Leute, das wird heute ein richtiger Random-Flog, aber das Wichtigste zuerst. Am 18.01. findet in Bayreuth der Creator Summit statt. Und du kannst mit dem Link in der Beschreibung Tickets gewinnen. Und falls du dich fragst, wie das mit dem Creator Summit angefangen hat, das ging ungefähr so. Grüß euch Leute, ich bin Jo. Auf meinem Kanal dreht sich alles um das Filmmaking, Technik-Views und der Winchew-Resolve-Tutorials. Ey, warum bist du nur in meinem Studio? Ey, warum hast du nur meine Stimme? Wollen wir zurücktauschen? Okay. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Paula hat wirklich Hackengas gegeben und ein übelst krasses Leiter auf die Bühne gebracht und Sponsoren an Land gezogen. Es kann sogar sein, dass er auf dem Event sogar eine krasse Kamera verlost. Hm, aber das habt ihr nicht von mir. Und das Coolste ist, ich werde natürlich auch beim Creator Summit 2025 mit dabei sein. Und in meinem Beitrag wirst du lernen, wie du ein effektiver Editor sein kannst. Und das auf die möglichst schnellste Weise. Und ich freue mich darauf, dich dort zu sehen. Mit euch zu connecten ist immer das, was mir sehr gut liegt. Und apropos connecten, ich habe jetzt noch ein Abendessen mit jemandem. Tschüss! So Leute, ich bin auf dem Weg, eine echte Beatbox-Legende zu treffen. Was geht? Wir stehen hier in Köln im Wetdown. Es ist richtig windig und nass. Ich habe eine perfekte Beleuchtung dabei. Und ihr könnt jetzt über Jo's Link in der Beschreibung Tickets gewinnen für den Creator Summit. Zusammen mit Jo, mit mir, Marius Melinski, mit Andreas Abt, der Vision, Mike Sowinski und viele weitere. Paolo Porta unter anderem. Wir haben kranke Sponsoren, man kann kranken Scheiß gewinnen. Leute, das wird übelst geil. Bayreuth, 18. Januar, glaube ich. Let's fucking go! Wenn das etwas ist, was dich interessiert, dann den Abo-Button. So richtig schön.